Wie kann die Kirche armen Menschen noch besser helfen? Was ist in den Gemeinden zu tun und wie kann Kirche auf die Politik einwirken? Darüber denkt in diesem Frühjahr die Synode der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau nach. Am Morgen hat sie mit einem Gottesdienst begonnen, schon hier mit einem Blick für die Armen und Schwachen in der Gesellschaft. Vorurteile abbauen, auf Armut hinweisen und zugleich die Arbeitsverhältnisse in Kirche und Diakonie kritisch überprüfen. Das alles ist Thema auf der Synode in Frankfurt. Am Ende will sich die Kirche selbst verpflichten, Armut und Ausgrenzung noch besser zu bekämpfen. Es geht vor allen Dingen darum, mit den Verarmten zu arbeiten und ihre Situation zu verbessern. Und dieses kann durch Kirche gefördert werden, dadurch, dass eben Angebote und Projekte initiiert werden, die diesen Menschen helfen. Die Kirche soll eine Stimme für arme und schwache Menschen sein. Jeder Christ ist auch politisch angefragt, auch wenn es zum Beispiel darum geht, den Finger in die Wunden des Sozialstaats zu legen. Die Kirche hat den Auftrag, gesellschaftliches Leben mitzugestalten, mitzubegleiten und natürlich auch vor allen Dingen in Erinnerung zu bringen, wenn Dinge ungerecht sind, wenn Unrecht geschieht. Das ist der vornehmliche Auftrag. Das ist, wenn man so will, ein Auftrag, der auch zur Gewissensschärfung einer Gesellschaft beiträgt. Das Spannungsfeld von Kirche und Politik war deshalb auch Thema des Berichts des Kirchenpräsidenten vor der Synode. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist, so das Bibelzitat. In Verantwortung vor Gott und vor den Menschen ist Christsein immer politisch. Ohne zu vergessen, dass es auch andere Antworten auf die politischen Fragen von heute gibt. Kirche und Staat sind getrennt und das ist gut so. Sie sind aufeinander bezogen. Wir haben eine klare Rolle und Aufgabe. Es wird immer dann gefährlich, wenn Kirche selbst versucht, Macht zu sein, auch politische Macht zu werden. Das ist problematisch. Das heißt, auch wenn die Nähe zum Staat so groß wird, dass man keine kritische Distanz mehr wahren kann. Am Freitag befasst sich die Synode mit ihrer Öffentlichkeitsarbeit. Seit zwei Jahren bekommen die Mitglieder der Kirche zweimal im Jahr Post zu Themen, die bewegen sollen und das auch tun. Für die Aktion Merry Birthday ist die Kirche zum Sprachpanscher nominiert worden. Mit roten Bannern und Geburtstagsgierlande erinnerte die Aktion daran, was Weihnachten wirklich gefeiert wird. Und gerade in diesen Tagen sind viele Kirchtürme in lila getaucht. Zum Glück gibt es den Segen, heißt es im Brief des Kirchenpräsidenten. Die Impulspost Glück-Segen ist einfach sehr schön. Ich habe bisher auch sehr viele positive Rückmeldungen bekommen. Es ist unser Anspruch, mit dieser Impulspost Menschen auch zum Nachdenken zu bringen. Und das gelingt ja doch offensichtlich mit am besten, wenn auch irgendetwas Irritierendes dabei ist, wo man sagt, Moment, Stopp, das habe ich so noch nicht gesehen. Das haben wir jetzt im Moment bei der Segen-Impulspost nicht. Es ist schön, wenn es vielen gefällt. Aber wie gesagt, wir wollen auch die Auseinandersetzung und das Gespräch. Die Synode hat nun zu entscheiden, ob die Impulspost auch in den nächsten drei Jahren fortgesetzt werden soll. Weiteres Thema in diesem Frühjahr, die Frage, ob es in Süd-Nassau einen neuen Probst geben wird. Sigurd Ring verlässt die EKHN in Richtung Berlin. Ob es einen Nachfolger gibt, ist noch offen. Denn eigentlich will die Kirche die Zahl der Probstheien verringern. Deswegen gab es die Überlegung, ob man die Chance einer Vakanz nutzen soll, da jetzt schon mit einer Übergangsregelung auf diese Zeit der geringeren Zahl von Probstheien hinzuarbeiten. Dazu muss die Synode eine Entscheidung treffen. Und die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau bereitet sich auf ein großes Jubiläum vor. 500 Jahre Reformation. Das Jubiläum wird zwar erst 2017 gefeiert, doch schon jetzt plant die Kirche, was deutschlandweit und was in Hessen und Nassau passieren soll. Deshalb ist auch Margot Kessmann die Botschafterin für das Reformationsjubiläum auf der Synode zu Gast. Eins darf sicher sein, das rhein-hessische Worms wird ein zentraler Ort für die Feierlichkeiten werden. Wir in der EKHN haben natürlich auch den Auftrag, die Flamme am Brennen zu halten, über 2017 hinaus bis 2021. Da wird 500 Jahre Wormser Reichstag gefeiert werden. Das ist nicht nur ein Ereignis für die Stadt Worms, sondern selbstverständlich auch für die EKHN. Ich weiß gar nicht, woher die Leute immer die Gewissheit nehmen, dass ich Lokalpatriot bin, aber ich kann versichern, dem ist wirklich so. Das ist nicht nur ein Ereignis für die Pfonden.